Scott, ich beobachte dich schon eine Weile. Du bist anders. Lass dir von keinem sagen, du hättest nichts zu bieten, Junge. Eine zweite Chance eröffnet sich einem nicht jeden Tag. Ich schlage vor, du überlegst es dir ganz genau. Das ist deine Chance, deiner Tochter endlich zu beweisen. Dass du der Held bist, für den sie dich schon lange hält. Es geht nicht darum, unsere Welt zu retten. Es geht darum, ihre zu retten. Scott, ich brauche dich als Ant-Man. Noch eine Frage. Ist es zu spät, den Namen noch zu ändern? Was für Sie, die Schrodingen der dette? Bis zum nächsten Mal! Wie die Schrodingen? Ich bin jetzt untertitelt.